hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu sheltered ja ryan ist gerade am duschen muss dann was essen ist dem zu verbessern das ist echt wenn ich jetzt hier in dem lager wir haben zu viel stuff wir müssten mal was verbessern können aber auch nichts herstellen eine gasmaske ist nicht drin toilette bräuchten wir nägel um besser erkunden sportliche springfalle 244 federn und ofen haben wir schon hergestellt dafür haben wir nicht sogar eine jukebox ok vielzeug für kinder brauchen von diesen radiergummi ähnlichen dingern wir könnten da sieht es aus mit einer dusche mit einer guten gibt es nicht in stufe 3 moment mit die dusche auch mal die primitive dusche gute dusche ne wir haben schon die gute das ist eine behelfstoilette pass mal auf kannst du nicht hier eine gute toilette herstellen ressourge dusche auch mit der nägel also nägel reichen nicht aus ich werde jetzt hier was verbessern ich werde jetzt den hier verbessern ja die haltbarkeit so jetzt haben wir schon zwei plätze mehr frei wir brauchen dringend nägel um wenn wir noch einmal sprit verbrauchen dürfen wir noch drei mehr platz haben genau die brechstange ist gar nicht okay das gilt als waffe wir brauchen größeres lager wir brauchen nägel er geht los expedition er ist feige okay hm fünf tagen einen tag vor 60 tagen vor 60 tagen jetzt sage ich mache mir so rechts rüber polizei revier da gehen wir nochmal hin zack zack bank so ich hoffe das passt so kriegt er von mir eine gasmaske am rucksack und war zum schlag soll ich ein gewehr mitnehmen ohn schaden ne wir nehmen den schon mit so wir müssten aufrüsten jetzt ist die frage schlafsack zerlegen bringt keine nägel wir brauchen nägel für so ein brett das regal vielleicht auseinandernehmen dann können wir vielleicht noch eine zweite kiste herstellen oh moment ähm ach das können wir nicht zerlegen haha moment jetzt gehen wir erstmal in die sprechanlage jette nein jette sorry trauma wie so ein trauma das ist an dehydration gestorben oh shit okay sende bitte anscheinend haben wir jetzt halt es nicht mehr lange aus oh dies erst mal ein buch lenke dich mal ab und du wischst mal bitte durch okay okay so weiter geht's hoffentlich lenkt die das ab ist auch tierisch müde ist auch tierisch müde müde duschen okay ist noch ein buch ist noch ein buch naja das ist gut dann tippe ich schlaf mal hier ich glaube wenn ich die fremden nicht anspricht komme ich nicht an die häuser ran da haben wir schon ein wasser und steckt jetzt erstmal nylon und auch sehr gut 3d gummi so bücher haben immer noch 4 drin ja wirken mal mit bitte 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 lass es kein fehler gewesen sein ach einer ja hi so warte mal wir draußen sind zwei mädels naja okay brauchen Verstärkung zuhause ich lese noch ein buch das müssen wir irgendwas da lassen den sand lassen wir auf jeden fall da nein dann nehmen wir mit aber essen Holz Holz bräuchten wir eigentlich auch kann man noch da lassen aber mit 10 von ja so ist besser so der neue Munde na na ähm warte ich suchen du gehst mal auf Automatik kann man hier füllen so Eisenstange Holz Rädern sind auch wichtig Nägel auch und 8 was ich denn hier verdammt die Federn weiß ich brauche ich definitiv was haben wir denn viel dabei Holz äh ich will aber das Holz das ist wie so ein Grundnahrungsmittel eine essen eine essen lasse ich hier das passt schon das passt schon Schraubenschlüssel könnte ich da lassen dann habe ich ja einen komm kann schon nicht Farbe essen nochmal 4 von so ist gut mal durchsuchen witzherr wir schwarze Regen an der Oberfläche überlassen irgendwie irgendjemand verstrahlt nee oh Leder Seilhammer 10 ich weiß dass wir auch Sicherungen brauchen um irgendwas aufzurüsten Mann was können wir denn mal da lassen die Patronen würde ich auch gerne mitnehmen was essen auch äh schwie schwie da haben wir 12 von im Besitz weißt du was da lasse ich den einen da ich nehme das Seil mit da haben wir zwar auch 10 im Besitz nee Quatsch die Sicherung wollte ich mitnehmen ich weiß nämlich dass wir die für irgendwas brauchen das da hochwertig ist dafür brauchen aber auch den Kunststoff oder hm wir müssen eine Radiergummifabrik finden und das war super das war super wir gehen das gerade noch mal durch Eisenstangen die will ich auf jeden Fall mit haben die brauchen wir oder Metallrohr sind das ja das wird haben wir 20 Essen haben wir eigentlich auch sehr viel aber das 1 Deck muss ich mitnehmen davon haben wir 6 auf jeden Fall für Verbesserungen das ist schwierig eigentlich muss ich zugeben dass ich noch kein Rezept gesehen habe wo ich die brauche oder scheiß drauf oh eine Gasmaske das wäre natürlich ein Träumchen das sind Steine ok da haben wir 7 im Besitz die Kartenmuske wäre schon wichtig ne lass die Feder da oder die 2 Holz oder die 2 Holz passt Nägel brauchen wir ganz dringend wo können wir das Bücherregal ne können wir nicht ich werde das gerne abgebaut ne 85 sind wir schon nochmal rede ich mit Leuten nicht und dann kann ich nicht flüchten hm eher schlecht eher schlecht das ist gut noch Faden ist super Nagel ich traue ich dass wir teilweise so guten Stuff hier lassen müssen schnaufe schnaufe nach Hause weg oh 29% sehr nippe die pass mal auf Anzug kennst du schon reparieren ah ist zuhause jetzt hoffe ich nur dass ich den Shit einlagern kann was ist der fuck essen sind wir anscheinend am Anschlag so wie viel Platz haben wir denn jetzt im Lager wieder anschlag wieder anschlager wir haben jetzt Nägel können wir bitte noch so ne Kiste herstellen das gibt's doch nicht ja oh das ist sogar das ist ne größere Kiste 82 haben wir jetzt sehr sehr perfekt warte mal dann werden wir mal kurz kurz mal umgestalten dann machen wir das so den Putzeimer nebendran das Lager kann man das alles weg machen könnte man aber das passt ja alles gut dahin hm warte mal da kann doch die Katz die kann man nicht verschieben ok Dann machen wir das hier so. Bücher an die Schlafgelegenheit ran. Warte mal, wenn wir hier die Betten... ...noch ein bisschen ranschieben. Entschuldigung, du schläfst gleich gar nicht. Wie immer außerhalb schläft. Bücher hier dran, dann machen wir das Lager doch hier unten hin. So, dann mache ich die Werkbank nämlich hier oben hin. Ja. Okay. Äh, woher sagt sie pennt? Sprit nachfüllen. So, wenn der ausgeschlafen hat... ...ne, der hat nur... ...der hat nur Hunger. Ne, Durst. Tag 87. Perfekt. Gut, ihr Lieben, wir sind an Tag 87. Nächsten Tag schicken wir Ryan direkt wieder los. Ähm, den alten Luder-König und hoffen, dass wir da anständiges Stuff kriegen. Denn wir brauchen noch viel Plastik. Und, ähm, ich weiß gar nicht, was wir an Antibiotika haben. Ich glaube, ich schicke den Kollegen hier, den Juran, schicke ich auch los. Aber auf eine separate Tour. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.